Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohl fühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Ein Lastwagen hat in Düsseldorf eine Frau erfasst und tödlich verletzt. Die 36-Jährige habe gegen 4 Uhr morgens die Brüsseler Straße im Düsseldorfer Stadtteil Hört überquert, sagte ein Sprecher der Polizei. Bei der Straße handelt es sich um einen Ausläufer der A52. Dort sind zwischen 22 und 6 Uhr und 60 Minuten Stundenkilometer erlaubt, ansonsten 80 Kilometer pro Stunde. Nach Angaben eines Polizeisprechers überquerte die Frau die mehrspurige Straße von einem Standstreifen aus. Der genaue Unfallhergang sei jedoch bislang unklar. Wegen der Bergungsarbeiten sei die Straße stadteinwärts bis mindestens 7 Uhr und 30 Minuten gesperrt worden. Am Kreuzkast ist die Ausfahrt zur A52 in beiden Richtungen ebenfalls gesperrt. Am Kreuzkast ist die Ausfahrten und," letzies Ehrgeizkande". Untertitelung des ZDF, 2020